. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Snake the One. Mit einem neuen Video. Wir starten eine kleine neue Serie. Die 3x3. Also wir haben drei kleine Bretter mit drei kleinen Batterien drauf. Und beginnen werden wir mit dem Jorgen Dreier. Wir haben einmal eine Casa Jopea, in der Mitte eine Mars und rechts auch nochmal eine Casa Jopea. Die wurden verleitet mit Tatematch, das heißt sie sollten relativ gleichzeitig zünden. Und ich habe sie noch ein bisschen gefächert, damit der Himmel ein bisschen voller wird. Wir haben insgesamt 3x16 Schuss, sollte ordentlich knallen. Nächste Woche kommt dann der Leslie Dreier mit der bösen Nachbarin und der bösen Schwester. Und in zwei Wochen kommt dann der Blackbox Dreier mit Nexus, Musterblume, Nexus. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Jorgen Dreier, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ich freue mich, macht's gut, tschüss. Und jetzt geht's. Und jetzt geht's. Untertitelung. BR 2018